Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jürgen, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das war ein Befehl, das war ein Befehl, das war ein Befehl! Ersdestotionen Fallst! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Khemarare, weil Sie Jahre auf Militär-Akademien zugebracht haben, nur umzuladen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang, dass das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als mit dem Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan. Und dann waren alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es war ein ungeheuerer Verrater in dem deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich das in Berlin verlasse, so dürfen Sie sich bewaltigen. Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ichucheatz. Ja. Ich muss hier ein machen. Sie machen uns mal. Ichсе cycle.